Digitalisierung ist dabei, die Energieverteilung grundlegend zu verändern und schafft neue Möglichkeiten der Energieversorgung, die sicherer, zuverlässiger, effizienter und nachhaltiger sind und für höhere Cybersicherheit sorgen. Seit 30 Jahren setzt Schneider Electric mit den legendären Schutzfunktionen und der Verfügbarkeit der offenen Leistungsschalter Masterpakt den Branchenstandard für zuverlässige Energieversorgung. Jetzt ist es Zeit für einen neuen Standard, einen digitalen Standard. Die neuen Leistungsschalter Masterpakt MTZ. Zukunftssicher für die vernetzte Welt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, wenn Sie sie benötigen. Zum Beispiel Fernbenachrichtigungen über Ereignisse und Alarme, jederzeit und überall. Oder Zugriff mit Ihrem Smartphone auf detaillierte Daten, Schutzeinstellungen und sichere Wiedereinschaltfunktionen des Leistungsschalters über eine Drahtlosverbindung, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist. Es bedeutet, dass Sie vorbereitet sind, heute und morgen, mit einem Leistungsschalter, der jederzeit über digitale Module erweiterbar ist, die zum Download rund um die Uhr zur Verfügung stehen, ohne dass der Betrieb unterbrochen werden muss. Es bedeutet neue Möglichkeiten zur Energieeinsparung durch Zugriff auf Energiemanagementfunktionen und effektive Wartung dank der nativen, integrierten Ethernet-Verbindung. Oder durch die optimierte, integrierte Energiemessung der Genauigkeitsklasse 1, die in der Branche einzigartig ist. Und ja, es bedeutet Sicherheit. Die Sicherheit zu wissen, dass Ihre kritischen Systeme immer mit optimaler Effizienz arbeiten, selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Am wichtigsten ist jedoch, dass es bedeutet, dass lebenswichtige Geräte in Krankenhäusern betriebsbereit bleiben. Data Center nicht ausfallen. Der Betrieb nicht still steht. Es bedeutet, Life is on. Der zukunftssichere Masterpakt MTZ von Schneider Electric.